Oh, verdammt, mein Kopf platzt gleich. Was war denn gestern bei der Party los? Wenn ich nur wüsste, ich erinnere mich nur noch daran, wie wir auf einer Ziege geritten sind. Ach so, das war also doch kein Einhorn, nein? Ja, ich hab es auch erst später gecheckt. Kannst du bitte aufhören, dich zu drehen? Ich kotze gleich wieder, ich kann nicht mehr. Was kann ich dafür? Beschwer dich doch bei ihr. Ja, sorry Leute, ich werde nie wieder auf eine Party gehen. Versprochen. Hab ich gerade Déjà-vu oder hatten wir dieses Gespräch letzten Samstag schon? Nicht nur den letzten, jeden Samstag. Oh mein Gott, du lebst noch? Ja, leider ja. Hab ich doch gesagt, her mit den 5 Euro. Oh, verdammt. Hier bitte. Ähm, was war das gerade? Ach, nichts Besonderes. Wir haben nur eine kleine Wette abgeschlossen, wer als nächste nach den Gehirnzellen sterben wird. Wie, wie konntet ihr nur? Ich hab immer gedacht, dass wir beste Freunde sind. Ähm, Entschuldigung, ich weiß, dass es gerade etwas unpassend ist, aber ich konnte es einfach nicht mehr halten. Es tut mir wirklich leid. Team-Arbeit, Bro. Ich hab schon vor einer halben Stunde aufgegeben. Okay. Okay. Vielen Dank.